Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist so anstrengend, so ein Training nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht dem Trainer zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wieder aus Bremen mit Maxi Eggestein. Die erste Challenge hast du gewonnen, richtig? Mit schwachen Fuß rechts oben rein. Respekt. Die zweite Challenge müsst ihr dir eigentlich auch legen, wenn du defensiv spielst und verteidigen kannst gegen mich. 1 gegen 1 steht nämlich an. Ja, wenn du aber gut offensiv kampfst, dann schauen wir mal. Das werden wir sehen. Wir haben Karol im Tor, der versucht die Bälle rauszuholen. Du fängst an? Ja. Trost wieder 1 an. Ja. Aber ist vorbei, glaube ich. Weißt du, da kriegst du den Fuß raus, oder was? Hätte in die Ecke schießen müssen. Wir haben gleich ein Tor, fast nur das andere Ecke. Ja. Hier hat der Erzüge gemacht. Ja, ja. Hat er los gelernt. Oh! Gibt's nicht. Ah! Auge! Junge! Nein, geh weg! Geh mal weg, ey! Ah! 3-0! Aber die Seite liegt dir, oder? Geht gern vorbei, hier. Ja, weil es rechts ist, ne? Ja, klar. Jetzt ist er wenigstens mit links mal drin. Nein! Aber Junge, Fabi! Ah, sind wir auch nicht? Ah, was schießt er schon? Ah, das ist ja 2 gegen 1. Ehrlich? Hast du gehört? 2 gegen 1 ist das. Er sagt, du bist auf meiner Seite. Oh, das ist schwer. Na! Geht's weiter? Ich will es nochmal. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Komm, Fabi! Weißt du, da wollte ich so Oldschool-Trick mal machen. So der in der Jugend. Hey, kannst du banden? Und dance? Okay. Auf dem Tempo. Oh, Mann! Kamer, das kurze Eck. Das trainieren wir später nochmal. So anstrengend ist das Training nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht dem Trainer zu eigentlich. Ja, cool! Ja, cool! Ja, cool! Ah! Ah! Oh, fuck! Hat ein bisschen zu lange gedauert, Leute. So, Maxi. Sagen wir was zu unserem derzeitigen Zustand nach der Challenge? Puh! Das war anstrengend auf jeden Fall. Ja, man sieht schon die Schweißperlen von der Stirn laufen. Du hast auf jeden Fall gewonnen, Glückwunsch! Die Kickbox steht an. Versuch, Heinz. Man kann auch mit Aufditschen machen. Ja. Richtung Stürm. Aber die Laney hat's auch nicht geschafft. Nein. Ja! Oh, nee! Schade. Na, jetzt bin ich raus. Zwei. Okay, jetzt letzter Versuch. Maxi Eggestein. 90. Minute. U21. Weiter nein. So, Leute. Wenn euch Maxi optisch oder fußballerisch gefallen hat, je nachdem, könnt ihr gerne auf dem Werder-YouTube-Channel vorbeischauen. Gibt's ein Interview mit deinem Bruder oder was gibt's da noch zu sehen? Interessantes? Boah, Verschiedenes. Natürlich viele Einzelvideos zu verschiedenen Spielern, aber auch Mannschaftsvideos. Ist auf jeden Fall spannend und ich würde euch empfehlen, schaut mal rein. Ja, das war's eigentlich schon wieder für uns. Danke für euch fürs Zuschauen. Abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Instagram die Kickbox auch abchecken. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.